Mit Verdun und Tannenberg haben sie vorgelegt, jetzt schicken uns Publisher MH2 und Entwickler Blackmail Games im dritten Teil ihrer World War I-Serie erneut in den Ersten Weltkrieg. World War I Italian Front Isonzo, oder einfach nur kurz Isonzo, nimmt sich den zweijährigen Konflikt im Gebiet um den gleichnamigen Fluss im Norden Italiens zur Vorlage. In diversen Arealen in den Alpen kämpften damals die Truppen Österreich-Ungarns gegen die Soldaten Italiens in blutigen Schlachten. Gut 500.000 Menschen verloren dabei ihr Leben. Wohl auch, um der düsteren Vorlage gerecht zu werden, setzen die Macher einen starken Fokus auf historische Akkuratesse. Das zieht sich von den Waffen und der Kleidung über die Landschaften selbst, für die zahlreiche Originalfotos und Videoaufnahmen als Vorlage genutzt wurden. Das Spiel wird sowohl Einzelspiele als auch mehr Spielerinhalte zu bieten haben. Der Fokus dürfte aber, wie in den bisherigen Spielen, auf dem Multiplayer liegen. Und auch hier soll noch mehr Realismus geboten werden als bisher. Durch ein neues System namens Inverse Kinematics soll sich jede Bodenunebenheit und jede Feinheit in der Levelstruktur auf die Bewegungen der Spielfiguren und das Waffenhandling auswirken. In Sachen Squadgestaltung und Klassen versprechen die Macher mehr Freiheiten als in den Vorgängern, ohne Details zu nennen. Neu mit dabei ist zudem der Offensive-Modus, in dem sich jeweils eine angreifende und eine verteidigende Fraktion in gewaltigen Schlachten gegenüberstehen sollen. Geplant ist der Release von Isonzo noch für 2021, und zwar für PC, PS5, PS4, Xbox Series S und X und Xbox One.